Hallo zusammen, ich bin Rietha Eichhoff, bin im dritten Lehrjahr und mache meine Lehre als Maurer EFZ hier bei der Firma Stutze G. Heute würde ich euch mal gerne meinen Alltag als Maurer zeigen. Kommen doch mal mit! Zu meiner Haupttätigkeit als Maurer gehört unter anderem Maurer, Schalen, Eisenlegen und auch Einmessen mit dem Tachymeter und noch vieles mehr. Als Maurer hat man gute Weiterbildungsmöglichkeiten, unter anderem Vorarbeiter, Polierer oder Bauführer. Ich finde es cool, dass wir einen Lehrlingscoach haben, der für uns da ist und uns unterstützt. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich gerne im Team arbeite. Ich finde, bei der Firma Stutze merkt man den Teamzusammenhalt und jeder hilft jedem, egal ob jung oder alt. Bei den Maurerberufen solltest du ein Machertyp sein, gesund und fit und gerne im Freien. Wenn du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast und gerne rechnest, dann bist du bei uns am richtigen Ort. So, das wäre es gewesen. Ich hoffe, dir den Maurerberufen ein bisschen näher zu bringen. Wenn ja, dann bewerbe dich doch auch jetzt für eine Schnupperlehrstelle bei der Firma Stutze AG. Wir freuen uns auf dich und auf deine Bewerbung. Und wer weiss, vielleicht sieht man sich ja bald als Maurer. Tschau zusammen!